Mit dieser Schöpferkraft, die in jeder und in jedem von uns ist, beginnen wir diesen schönen Tag, unseren heutigen Seminartag. Wir trommeln unsere schönste, intensivste Schöpferkraft hinein in diesen Tag. Hinein in unsere goldene Schale der Informationsmedizin. Das ist der heutige Boden für unsere goldene Schale. Unsere Kraft als Superwoman. Unsere Kraft als Superman. Nehmt euch eine Glocke.